Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von finanzielle Freiheit dank Kryptowährungen. Na doch, Alex. Und so darf es doch gerne jeden Sonntag ausschauen. Fast alle Projekte im grünen Bereich. Sogar Tether ist hier grün bei mir. Unfassbar. Also von daher läuft es doch schon wieder. Und demnach läuft alles nach Plan. Ich hatte ja gesagt, die 44. und die 45. Kalenderwoche sind ganz besonders spannend. Insbesondere die 45. Kalenderwoche, die hier so ein bisschen im Zeichen des Bitcoin steht. Ich glaube, da erwartet uns einiges. Und Ethereum hat bereits ein neues All-Time-High gesetzt. Kann ja durchaus sein, dass ich recht behalte und Bitcoin in der 45. Kalenderwoche sein Jahreshoch erreicht. Wäre auf jeden Fall ziemlich nice. Und wir sind mal gespannt, was die nächste Woche bringt. Ihr seht aber viele, viele Projekte momentan hervorragend am Performen. Und da brauche ich jetzt gar keinen einzelnen rauspicken. Eigentlich sind alle Projekte richtig gut am Laufen. Die einen noch ein bisschen mehr als die anderen. Aber ich glaube, selbst beim letzten sollte jetzt angekommen sein, dass wir uns in einer Bullenmarktphase bewegen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, passend dazu habe ich heute einige News für euch. Und wir beginnen vielleicht gleich mal mit dem Thumbnail-Thema. JP Morgan erneuert Kursziel und erwartet 146.000 Dollar pro Bitcoin. Damit ihr mein Gefühl dafür bekommt, wer JP Morgan Chase überhaupt ist, habe ich euch hier mal eine Liste der größten Banken zumindest geordnet. Nach dem Bilanzum, also dem höchsten Bilanzum in Milliarden Dollar. Und da seht ihr JP Morgan auf Platz 7. Nur einige chinesische Banken und eine Bank aus dem Vereinigten Königreich, nämlich HSBC, sind noch vor JP Morgan. Von daher seht ihr JP Morgan die größte amerikanische Bank und sogar vor Playern wie Bank of America. Also von daher sollten die doch eigentlich wissen, wovon sie reden. Und das ist die gleiche Firma, nämlich das gleiche JP Morgan, das 2017 den Bitcoin-Kurs mal so richtig abstürzen ließ. Und ihr wisst ja, Jamie Dimon, der Vorsitzende von JP Morgan, hatte mal gesagt, Bitcoin ist ein Betrug. Bitcoin sei schlimmer als die Tulpe-Manie und kurz nachdem JP Morgan sich sehr abfällig geäußert hatte, hatte Bitcoin eine starke Korrektur gesehen. 2017, ja man mag es kaum glauben, da war es schon deftig, wenn man mal von 4.500 auf 3.700 Dollar gefallen ist. Das war schon ziemlich, ziemlich krass und vielen von uns wurde da Angst und Bange. Das ist mittlerweile alles anders gekommen, das wissen wir, aber damals war das auf jeden Fall schon eine heiße Nummer. Und demnach ist es jetzt sehr interessant, dass JP Morgan scheinbar zumindest intern seine Ansicht geändert hat und mittlerweile eben mitschwimmt und sogar enorme Kursziele raushaut. Jetzt wie gesagt ein neues Kursziel von 146.000 Dollar rausgehauen. Bitcoin, digitales Gold, mehr denn je. Die US-Bank JP Morgan Chase widmet sich in einem neuen Report, den Aussichten für Kryptowährungen wie Bitcoin. Bereits im Januar hatte das Kreditinstitut einen Kurs von 146.000 Dollar für Bitcoin in Aussicht gestellt. Jetzt wurde das Kursziel erneuert. JP Morgan erneuert die Vorhersage, dass Bitcoin 146.000 erreichen könnte und sagte, dass das sich mehr denn je wie digitales Gold verhält. JP Morgan zufolge würde sich Bitcoin aus Perspektive der Anleger zunehmend zu einer digitalen Alternative zu Gold entwickeln. Nach Ansicht des Kreditinstituts konkurriert Bitcoin zunehmend mit Gold als Inflationsabsicherung. Insofern könnte sich die Kryptowährung Nummer 1 unter zwei Voraussetzungen auf die genannten Preise bewegen. Erstens, die Volatilität, also die Schwankung lässt nach. Und zweitens, auch Institutionen beginnen BTC gegenüber Gold zu bevorzugen. Und um auch hier mal ein Gefühl zu bekommen, seht ihr, Gold ist einfach mal niemand Geringeres als der Anführer der Liste der größten Market Caps überhaupt. Also von daher sprechen wir hier über nichts Kleineres, als dass Bitcoin eventuell mal Gold in Rang abläuft. Und ich bin mir sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Das Wiederauferleben der Inflationssorgen unter den Anlegern im September, Oktober 2021 scheint das Interesse an der Verwendung von Bitcoin als Inflationsabsicherung neu zu entfachen. Die Anziehungskraft von Bitcoin als Inflationsabsicherung sei vielleicht dadurch verstärkt worden, dass Gold, und jetzt kommt's, in den letzten Wochen nicht auf die gestiegenen Inflationssorgen reagiert hat. Es gebe kaum Zweifel daran, dass Bitcoin mit Gold konkurrieren werde, insbesondere da Jüngere, also die Millennials als Anleger, immer wichtiger werden und die lieben wiederum Kryptowährungen. Wenn man bedenkt, wie groß die finanziellen Investitionen in Gold sind, bedeutet eine solche Verdrängung von Gold als alternative Währung langfristig ein großes Aufwärtspotenzial für Bitcoin. Man glaubt immer noch nicht, dass das hier gerade von JP Morgan kommt. Bitcoin steht vor einem mehrjährigen Aufwärtstrend. Langfristig sieht der Stratege deshalb Bitcoin bei 146.000 Dollar als Kursziel, sofern es der Leitwährung eben gelingt, die enorme Schwankung in den Griff zu bekommen. Das sei nötig, um klassische Investoren zum Einstieg zu bewegen. Demnach habe Bitcoins Ruf bei institutionellen Anlegern unter dem Absturz im Mai gelitten. Grundsätzlich äußern sich die Strategen der Bank aber zuversichtlich über die mittelfristigen Aussichten der Kryptomärkte. Digitale Assets hätten sich nach der Pandemie als klarer Gewinne herauskristallisiert. Also, auf der einen Seite ziemlich nice, dass JP Morgan sogar mittlerweile bullisch zu Bitcoin steht. Andererseits, ihr wisst es, wenn selbst diese großen Häuser anfangen, unfassbare Kursziele zu nennen, sollte der kluge Anleger auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig sein. Denn wenn zu viel FOMO in den Markt kommt, und ich habe jetzt gestern gesehen, dass Ethereum kurz vor 20.000 Dollar stünde und das ist ja nur noch eine Frage der Zeit sei, das erinnert mich doch sehr, sehr stark an Ende 2017. Also, wir sollten auf jeden Fall auf der einen Seite uns darüber freuen und das ist auch ein ganz wichtiger Meilenstein. Andererseits, sehr, sehr vorsichtig sein, wenn eine zu krasse Übereuphorie am Markt herrscht. Wenn du eine andere Meinung hast, schreib sie mir doch sehr gerne mal in die Kommentare. Amerikanischer Lebensmittelkonzern Kroger führt Bitcoin Cash ein. Ja, ich weiß, da kommt gleich noch eine Nachricht hinterher. Aber das ist mal eine News zu Bitcoin Cash. Das hat man ja auch nicht alle Tage. Der Bitcoin-Ableger BCH steht in den Filialen und Online-Shops von Kroger schon bald als Zahlungsweg offen. So hieß es zumindest an einer Mitteilung, die gemacht wurde. Und bevor wir jetzt diesen Artikel lesen, löse ich das Ganze gleich auf. Es gab einen krassen Preisanstieg für ein paar Sekunden zumindest, denn ziemlich kurz danach gab es auch direkt schon die Auflösung. Es handelte sich dabei um eine betrügerische Ankündigung und demnach war das Ganze relativ schnell wieder nichtig. Nach der Ankündigung stieg Bitcoin Cash innerhalb von weniger als 15 Minuten um 4,6 Prozent von 602 auf 630 Dollar. Der Anstieg war jedoch nur von kurzer Dauer und der Coin fiel unter den Preis, wo er zuvor war. Denn später am Morgen stellte ein Pressesprecher von Kroger klar, dass diese Ankündigungen gefälscht sind. Die Pressemitteilung wurde nun von der Website des Unternehmens entfernt. Der Pressesprecher sagte, heute Morgen wurde in betrügerischer Absicht eine Pressemitteilung herausgegeben, dass The Kroger Company mit der Annahme von Bitcoin Cash beginnt. Diese Mitteilung ist nicht wahr. Sie ist unbegründet und sollte nicht beachtet werden. Warum zeige ich euch das Ganze? Ich hatte eben schon von dem Thema Über-Euphorie gesprochen. Also springt jetzt nicht auf jeden Newsartikel an, den ihr irgendwo lest und findet. Denn momentan wird über jedes Projekt geredet, dass es ganz weit nach oben fliegt bis zu den Sternen und vielleicht noch weiter. Und es gibt natürlich einige Ausnahmen wie Shiba Inu und so weiter. Aber es gibt mittlerweile so, so viele Scammer da draußen. Und ein Beispiel von einem Krankenscam, das zeige ich euch ja auch nochmal. Vielleicht hat der eine oder andere schon von euch gehört, dass es ein Squid-Token gab. Ihr kennt vielleicht gerade diesen ja bekannten Film bei Netflix oder diese Serie Squid Game. Und da hatte jemand so einen Squid-Token rausgehauen. Und ich glaube, die Idee dahinter sollte sein, dass dieser Token ähnlich aufgebaut wird, dass man so ein Spiel baut und dann irgendwie dieser Token gewonnen werden kann. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gebt euch mal diesen 15-Sekunden-Livestream-Ausschnitt von diesem YouTuber. Ich verlinke das Ganze auch nochmal, falls ihr euch das Video nochmal ganz anschauen wollt. Gibt es, glaube ich, auch im Netz das ganze Video. Auf jeden Fall gebt euch mal, wie schnell das Ganze manchmal gehen kann. Okay, also ihr seht, so schnell kann es gehen. Und ich hoffe, dass keiner von euch daran beteiligt war. Insgesamt schon eine ziemlich linke Nummer. Aber ihr seht, wenn der Bullenmarkt kommt, kommt auch der Scammer-Markt so richtig in Fahrt. Und von daher seid sehr, sehr vorsichtig. Kommt gerne in den Crypto-Talk, wenn ihr irgendwelche Fragen habt und unsicher seid. Da sind sehr, sehr viele alte Hasen dabei. Meist werdet ihr denn für ganz offensichtlichen Scams bewahrt. Also freue ich mich auf euren Beitritt. Und es gibt natürlich auch nochmal richtig positive News. Denn ihr kennt mittlerweile den Begriff DeFi. Und jetzt hat das Thema Gaming und DeFi eine Verschmelzung. Und zwar das sogenannte GameFi. Wie Decentralized Finance und Gaming verschmelzen. Blockchain war und ist eine disruptive Technologie, die immer mehr Branchen auf den Kopf stellt. Die Kombination aus Gaming und DeFi, GameFi, könnte nun die nächste Revolution auslösen. Der Begriff ist sehr weit gefasst, steht aber für Spiele, die auf einer Blockchain-Technologie basieren und finanzielle Elemente enthalten. Das bedeutet, dass Spieler durch die Kombination von NFTs, Gaming und DeFi die Möglichkeit haben, in Spielen Geld zu verdienen. Also Play to Earn. Eine gewinnversprechende Sparte, denn die Größe des Gaming-Sektors ist gigantisch. Allein in diesem Jahr hat die Spieleindustrie über 175 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Für das Jahr 2023 wird sogar erwartet, dass dieser Wert bis auf 200 Milliarden US-Dollar anwächst. Ihr habt es im Intro bereits gesehen. Aber falls ihr Lust habt, besucht mich doch sehr, sehr gern bei Patreon. Da seht ihr dann zum Beispiel auch, in welche Gaming-Coins ich aktuell investiert bin. Und bei welchen ich glaube, dass wirklich großes Potenzial in ihnen schlummert. Link dazu findet ihr wie in meiner Videobeschreibung. Kommen wir nur nochmal zu den wichtigsten Crypto-News der Woche. Und dann habe ich für euch nochmal etwas zu Ripple und dem Swell-Event. Ubisoft steigt ins Blockchain-Gaming ein. Ubisoft, eines der größten Gaming-Unternehmen der Welt, gab am 28. Oktober seine Finanzleistung im ersten Halbjahr 2021-22 bekannt. Dabei waren auch Themen rund um Blockchain-Gaming-Punkte, die diskutiert wurden. Demnach habe der Spieleentwickler Blockchain-basierte Innovationen schon länger im Visier gehabt. Vor allem durch einige Initiativen, wie zum Beispiel das Entrepreneur Lab Startup Program und die Blockchain Game Aliens, konnte das Unternehmen auch eine aktive Rolle zur Weiterentwicklung dieser Themen spielen. Obwohl es noch abzuwarten gilt, wann und mit welchem Spiel das Unternehmen um die Ecke kommt, versprechen sich viele Gaming-Begeisterte eine Zukunft in Richtung Blockchain. Nike arbeitet an virtuellen Sportartikeln. Der aktuellen Metaverse-Euphorie kann wohl niemand widerstehen, denn während Meta ehemals Facebook an einer digitalen Parallelwelt arbeitet, in der man sich zu Hause fühlt, arbeitet Nike an digitalen Sportartikeln. Demnach reichte der amerikanische Sporthersteller am 27. Oktober einen Antrag beim Patent- und Markenamt für die Anmeldung von Marken ein. Was sich Nike als Patent sichern möchte? Virtuelle Güter. Und ich glaube, es gab schon mal so einen Artikel, wenn ich mich richtig erinnere, zu Nike. Da ging es dann darum, dass sie eben NFTs mit ihren Schuhen verbinden wollen. Also ihr merkt, Nike ist auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Dabei überrascht dieser Schritt der Sporthersteller nicht zu sehr. Schon in der Vergangenheit konnte man seine Charaktere in dem Spiel Fortnite mit Nike-Schuhen ausstatten. Dabei bleibt es abzuwarten, welche neuen Schlachtpläne Nike nun für das virtuelle Paralleluniversum schmiedet. Solana schreitet in den Crypto-Charts nach oben. Nachdem Solana ein neues Allzeithoch verzeichnet hat, verdrängt er der Coin nun im Nachzug sogar Cardano vom fünften Platz der Crypto-Bestenliste. Es lässt sich vermuten, dass der aktuelle Metaverse-Hype um die jüngsten Bekanntmachungen zu dem Thema auch Solana-Einschub verpasst haben. Denn von der virtuellen Parallelwelt wird erwartet, dass sich vor allem neue Geschäftsmodelle im Cryptospace ergeben werden. Dabei ist Solana nicht nur an Cardano vorbeigezogen, sondern nimmt dadurch auch den Platz als zweitgrößter Blockchain für dezentrale Anwendungen, also DApps, ein. Anführer ist nach wie vor Ethereum. Und zu guter Letzt darf natürlich auch Microsoft nicht fehlen. Microsoft mischt im Metaverse mit. Neben Meta kündigt nun auch Microsoft auf der Ignite-Konferenz seine Pläne an, in die neue virtuelle Welt vorzustoßen. Der Cryptospace reagierte mit Kursanstiegen. Demnach konnte beispielsweise Ethereum ein neues Allzeithoch verzeichnen. Dabei plane Microsoft eine Virtual-Reality-Komponente zu der bekannten Kommunikationsplattform Teams hinzuzufügen. Für die Kamerascheuen unter uns sei es demnach bald möglich, mit einem kommunikationsfähigen Avatar-Videokonferenzen teilzunehmen. Die Erweiterungen sollten in der ersten Hälfte des Jahres 2022 als Beta-Version erscheinen. Also, ihr seht schon, es geht jetzt gerade Schlag auf Schlag. Das ganze Thema Digitalisierung, Parallelwelt geht immer weiter voran. Und vor allem jetzt outen sich auch immer mehr große Unternehmen, dass sie eben darin involviert sind. Also bin ich mal sehr, sehr gespannt, was da noch kommt. Und passend zu einer sehr großen Innovation kommen wir jetzt mal zu Ripple. Hatten wir lange nichts mehr zu. Ist sehr ruhig geworden momentan. Liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass Ripple jetzt ein riesengroßes Swell-Event vorbereitet. Ich zeige euch hier mal den Trailer, während ich euch erzähle, was dahinter steckt. Also dieses Swell-Event findet jedes Jahr statt. Und dort treffen sich in der Regel alle Größen aus dem Finanzsektor. Insbesondere aber auch aus den Bereichen digitale Finanzen. Also da findet ihr wahrscheinlich R3, Essentia und viele, viele andere große Zahlungsabwickler. Swift wird wahrscheinlich auch eingeladen sein. Und so kann man sich dort eben in der Finanzelite, so nenne ich sie jetzt einfach mal, so ein bisschen austauschen. Innovative Dinge besprechen. Und es gibt vor allem auch immer einige Reden. Generell für uns Zuschauer ist es sehr, sehr langweilig, weil die da sehr langatmig quatschen. Dennoch wird das meistens live übertragen, sodass man sich dann das Ganze anschauen kann. Und wenn ihr Lust habt, verlinke ich euch hier mal den Ablaufplan, wer wann wo wie redet. Und was auch interessant ist, ihr seht hier bei den Speakern auch nochmal die passenden Bilder. Und wenn man möchte, kann man auch noch mehr über die erfahren. Und ihr seht hier unten einige ohne Bild. So einen kleinen grauen Avatar hier. Und jetzt kommt etwas, was interessant ist. Ich habe lange nicht mehr über Mr. Poole gesprochen. Ich erkläre euch gleich, warum. Aber Mr. Poole hat vor einigen Wochen das hier gepostet. Und das ist auch sehr interessant, weil dieser Avatar hier mit dieser Nase, nenne ich es mal, den finden wir tatsächlich hier wieder bei Ripple Swell. Und ich bin mal sehr gespannt, ob vielleicht irgendeiner dieser Speaker irgendwas Besonderes raushaut. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dazu mehr recherchiert habt. Das habe ich auf jeden Fall entdeckt und sehr spannend. Ja, jetzt fragen mich einige immer mal wieder, Alex, wieso schreibst du nichts mehr zu den neuesten Mr. Poole Drops? Und das war immer so spannend. Und ja, ist es auch. Und ich gucke sie mir auch nach wie vor wirklich regelmäßig an. Aber ihr erinnert euch vielleicht, damals war der Account runtergenommen worden von Twitter und danach war er wieder reaktiviert worden. Da gab es ja auch quasi so ein Beweisvideo. Aber alles in allem, muss ich sagen, hat sich danach irgendwie das Postingverhalten von Mr. Poole drastisch geändert? Und was ich genau damit meine, zeige ich euch vielleicht mal hier bei Telegram. Also ursprünglich war Mr. Poole ja mal derjenige, der angeblich aus der Zukunft kommt und irgendwelche Dinge postet, um mit uns Kontakt aufzunehmen und uns vorzubereiten. Und was nicht ganz passt zu der Story dahinter ist, dass er mittlerweile mehrfach am Tag postet. Also unfassbar viele Sachen postet und sehr, sehr viel Kram, der irgendwie, zumindest für mich, keinerlei Bezugspunkte zur Realität hat. Und natürlich gibt es, wenn man tausende Dinge postet, irgendwann auch mal einen Treffer. Aber das ist etwas komplett anderes als das, was Mr. Poole früher gemacht hat. Früher gab es vielleicht mal alle zwei Wochen einen Post und der hatte dann irgendwie was sehr Mystisches mit sich. Mittlerweile wirkt das wie wahllos gewählte Bilder, um die dann eben irgendwann, wenn man nur oft genug ein Bild postet, wahrscheinlich irgendwann auch mal zu etwas passen. Vielleicht irre ich mich da, vielleicht ist gerade die Zeit gekommen, weswegen er ständig mit uns kommunizieren will. Vielleicht habe ich aber auch recht und es ist seit dem Herunternehmen seines Accounts vielleicht irgendwer anderes auf die witzige Idee gekommen, das Ganze zu übernehmen. Und spielt er jetzt nur Mr. Poole? Schreib mir doch gerne mal deine Meinung zu diesem Mr. Poole-Thema in die Kommentare. Und von daher war es das jetzt schon wieder. Ja, wir werden mal gespannt auf die 45. Kalenderwoche blicken. Ich freue mich über eure Beitritte bei Patreon. Wir haben in der kommenden Woche sowohl ein Coinscouting-Video als auch ein Livestream dort. Freue ich mich sehr auf euch. Ansonsten wünsche ich euch allen weiterhin tolle, tolle Gewinne. Hoffe, dass es hier weiter bergauf geht für jeden Einzelnen von euch. Wünsche euch aber noch viel, viel mehr Gesundheit. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bis bald. Ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020